Das Videospiel-Abenteuer Alfred Hitchcock Vertigo ist lose an den Filmklassiker angelehnt. Es erzählt die Geschichte des Schriftstellers Ed Miller, der einen traumatischen Autounfall verarbeiten muss. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle einer Therapeutin und müssen die mysteriösen Hintergründe aufklären. Was wollen Sie wissen? Was wollen Sie erzählen? In vielen Rückblenden steuern SpielerInnen Ed selbst, müssen ihm etwa dabei helfen, eine Schreibblockade zu überwinden, und Inspiration in der Natur zu finden. Auch die Kameraperspektiven sind stark an Hitchcock angelehnt. So wird etwa eine Szene komplett aus der Perspektive einer Katze dargestellt. Vertigo, ein spannendes Experiment, das Werk eines bedeutenden Regisseurs in ein interaktives Medium zu übertragen.